Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und wir machen heute weiter in unserer Stadt. Heute geht es um Industrie und deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Dieses Industriegebiet ist, wenn wir die Stadt weiter aufbauen wollen, ein bisschen im Weg, weil wir gucken uns mal die Kachel an, nach hier geht's nicht so gut weiter, hier ist alles uneben, also müssten wir die Hauptstadt oder die Stadt prinzipiell nach hierhin ausweiten und demnach müssten wir quasi durchs Industriegebiet und so ein Industriegebiet mitten in der Stadt sieht einfach nicht aus. Und deswegen muss das hier leider weg. Ich gucke mal gerade, wir haben eine Mülldeponie. Das Problem ist hier, die können wir nicht versetzen, außer wir machen es vielleicht mit Muvit. Und ich glaube, das könnten wir machen, sonst könnte man die auch leer laufen lassen. Also damit, wo sind wir? Ah ne, hier, dafür bräuchten wir allerdings, ah ne, hier machen wir leer, ne? Dafür bräuchten wir allerdings eine andere Mülldeponie, damit die das quasi aufnehmen kann, was da drin ist. Aber wir werden es gleich einfach mal ganz kurz entfernen und unsere Mülldeponie dann hier hinbauen. So, das nochmal ganz kurz dazu. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was das für ein wunderschönes Projekt ist, das Ganze arbeitet oder ist... Ach lol, man kann erkennen, auf welcher Seite die Sachen sind. Oh, der Hammer. Wieder was erkannt. Sehr gut. Für alle, die nicht wissen, was das für ein Projekt ist, wir spielen mit der Realistic Population Modifikation. Das heißt, in den Häusern sind mehr Leute, hier steht sogar realistische Bevölkerung, sind mehr Leute, also wohnen mehr Leute, realistische Anzahl von Leuten, arbeiten eine realistische Anzahl von Leuten. Und deswegen haben wir auch so wenig Industrie gefühlt. Das macht jetzt noch nicht viel aus. Also es spielt sich komplett anders, muss ich dazu sagen. Aber das eigentliche Krasse, muss man sagen, kommt erst, wenn die großen Wohngebiete kommen. Momentan noch die kleinen, aber wenn die kommen, dann geht es ab. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, bis wir 7000 Einwohner haben, da müssen wir so eine große Fläche bebauen. Das ist ja echt der Wahnsinn. So, aber jetzt erstmal folgendes. Wir wollen dieses, diese Mülldeponie. Ja, sollen wir die vernünftig näher laufen lassen? Also die meisten sagen schon wieder ja und die anderen sagen wieder ach scheißegal. Könnte man machen. Alter, wie groß ist denn das? Wie groß ist denn der Müllbereich? Geh, warte, wir machen ein Recyclingzentrum, oder? Mit einem Recyclingzentrum können die Bürger mehr Abfall recyceln, sodass weniger Müll entsteht. Das Zentrum wandelt Abfall in geringe Menge von Rohmaterial. Geh, warte, fangen wir damit an. Wir dürfen nur, wir dürfen nur nicht hier vorne reinkommen. So, und eine Mülldeponie. Ich glaube, die machen wir echt weiter hier hinten rein, ne? Ah, so mitten in, mitten in dem Berg, ey. Okay, komm, los geht's. Ach, guck mal, jetzt ist die sogar schräg. Ach, sieht das kacke aus. Okay, das entleeren wir. Und mal angenommen, das entleert sich relativ schnell. Dann passiert folgendes. Dann ist das irgendwann weg. So, das dazu. Okay, jetzt machen wir hier nochmal ganz kurz die Wasserversorgung hin. Ja, die ist laut und dreckig. Und die Industrie-Sachen werden wir jetzt nach und nach umziehen. Wir werden jetzt erstmal hier so ein paar neue Industriegebiete bauen. Ah, warte. Ah, Mann, man erkennt es ja wirklich. Achte mal bitte drauf. Jetzt ist hier links so ein Kästchen drum. Dann rechts. Dann gar nicht. Und beide Seiten. Ist das dazu gepatcht worden? Ich glaube nicht, oder? Das war doch nicht die ganze Zeit. Na, vielleicht schon. Und Peter hat es nicht gesehen. Okay, warte. Wir machen jetzt hier nochmal schräg. 45 Grad am besten. 45. Dann ein nächstes Ding wäre dann hier. So, auch 45. Kriegen wir ja nicht hin, ne? Doch. Und 45. Ah. Das war zu nah. Das klappt nicht. Schade. Ähm, da können wir... Ne, da werden wir mal kein weiteres Gebiet machen. Das wäre so cool, wenn das gehen würde. Aber ich glaube, wir schneiden uns dann wieder ein paar Gebiete ab, oder? Ja, wir gehen dann irgendwie rein. Irgendwie 45 sind es nicht genau. Wir machen dann so. Geht auch nicht. Ach, komm, als Maul. Warte. Ja, komm. Und jetzt haben wir an dieser wunderschönen Stelle ein bisschen Industrie. Da könnte man dann wirklich machen, dass die Straße auf der rechten Seite nichts hat. Ne, warte. So, nur links. Nein. Äh, nur rechts. Hä? So. Das ist immer dasselbe. Okay, warten wir mal ganz kurz. Nur mal beide hin. Top. Und jetzt machen wir die auf der einen Seite weg. Das ist wieder andersrum die Straße. Aha. Hä? Ach, komm. Warte. So. Ah ja, guck mal. Top. Okay, gut. Können wir so lassen. Wir machen das jetzt hier gelb. Und wir machen jetzt vorne die Industriegebiete einmal weg. Hier können wir noch einen Weg hin machen, dass man da rüber laufen kann. Alles top. Und dann kriegen wir wahrscheinlich Probleme mit Waren. So, und da machen wir jetzt ein paar Sachen weg. Ja, arbeiten so viele, ne? 28. Hier das Gebäude ist irgendwo da. 40 passen da rein. 41, 45. Richtig krass. So, die Gebäude entfernen wir jetzt. Wir machen nicht alles auf einmal, aber nach und nach halt, ne? So, Feuerwache ist gut. Da haben wir noch ein Kohlekraftwerk. Ein Kohlekraftwerk könnten wir vielleicht hier hin machen. Hier sind doch eh Supermärkte und so, ne? Denen ist das noch relativ egal, wie grün die Energie ist. Und wir müssen mal ein bisschen schneller. Wie toll ist das denn? 19.000 kostet unser Kohlekraftwerk. Okay. Dann lassen wir das mal da stehen. Hier nochmal ganz kurz ein paar mehr Wohngebiete. Da musst du dann echt aufpassen, ne? Mit der neuen Funktion. Dann markieren wir alle. Oder anpassen mit, heißt es. Oh, ich freue mich so bei Cityscanern 2, ne? Das sah einfach so cool aus. So. Und dann nochmal in die Richtung. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen kaputt gestückelt. Wir nehmen jetzt nochmal die Straße in die Hand. und sagen, das war die falsche Seite. Okay, warte, wir machen mal komplett weg. Ja, so ist besser. Ja, die beiden Häuser werden jetzt bald ausziehen. Und zwar genau jetzt. Tut mir echt leid, Leute. Sorry. Oh, Mitarbeiterin bei Franks Fische. Geht erstmal arbeiten. Alles gut. Gerade Haus verloren, aber ist schon okay. So, da steht zwar die Pumpe, aber die kommt dann irgendwann noch weg. Hier haben wir jetzt noch wunderschöne kleine Gebiete. Warte, hier vorne das kleine Haus nicht. Das kommt weg. Pumpe können wir versetzen. Ohne die Wasserdinger ist das so cool. Hier. Und weggelutscht. Da war es komplett egal, ne? So, Industrie. Ist immer noch keine Nachfrage da. Wir können hier Industrie entfernen. Geil. Fuck. Feuerwache. Ah, die können wir hier mitten reinsetzen. Und Parkplätze. Ah, Parkplätze sind ja schon hier. Können wir nochmal Parkplätze bauen, bitte? Einmal bitte Parkplätze an der Stelle. Da, das kleine. Ja. Supergut. Bringt auf jeden Fall auch ein bisschen was. Ist zwar aber irgendwie nur... Ah, ne, kleiner, dekorativer Parkplatz. Aber trotzdem parken die Leute da und benutzen den. Klar, besuchen den auch welche, wie man gerade gesehen hat. Die laufen da rein und sind weg. So wie er jetzt. Aber gut. Oh, da sind andere Parkplätze besser. Irgendwo. Ihr habt ja recht. Die Parkplätze sind nicht so... Nein, was habe ich getan? Oh, nein. Ach, nee. Einfach verklickt. Als ob ich jetzt da einmal draufgeklickt habe. Cool. Das hat einfach so lange gedauert, bis da Leute eingezogen sind, ne? Nice. Da kann man rüberlaufen. Machen wir hier auch nochmal so einen Weg hin. Hier, das wäre eine Riesenfabrik. Oh, 90 Meter. Was ist denn jetzt los? Zur Verbesserung müssen in die Gebäude mehr Dienstleistungen abgedeckt sein. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Warte, Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus. Krankenhaus wollen die gar nicht, ne? Ach, Polizei. Aber Polizei ist da vorne. Schule? Schule wollen die nicht. Aber die wollen eine Schule. Aber wir haben eine riesige Kapazität, ne? Ne, komm, wir machen jetzt erstmal unser Kohlekraftwerk. Unser Kohlekraftwerk. Warte mal, hier wollte ich auch gerne Industrie haben. Hier ein bisschen Industrie. Hier ein bisschen mehr Industrie. Kohlekraftwerk kommt nach hier. Ist ja egal, von wo der Strom kommt. Hauptsache, der Strom kommt. So. Oh, ich will ein neues bauen. Ich kann das einfach versetzen. Boah, ich hätte es jetzt fast gelöscht und woanders und da hinten hingebaut. Ne? Wäre richtig dumm gewesen. Nochmal Glück gehabt, Peter. Die Peinlichkeit hast du zum Glück abwenden können. Hier, warte. So. Da und da. So sieht es gut aus. Jetzt machen wir da noch ein bisschen Industrie rein. Nicht zu viel. Dann kann das weg. Und wir haben alles weg. Und wer jetzt denkt, ja, aber das ist ja noch alles verschmutzt und so. Den kann ich getrost beruhigen. Wenn die Verschmutzung geht, wenn die Industrie geht. Klar ist sie noch da. Ich gucke mal, ob man das sehen kann. Da. Sie wird weniger. Es geht auch relativ schnell. Finde ich auch gut. Und gleich ist das komplett unverschmutzt. Dafür ist das verschmutzt. Und das hier ist maximal verschmutzt. Außer die Feuerwehr. Da geht's. So. Hier fehlt es an Arbeitern. Und ihr seht, wir brauchen immer noch massiv Wohngebiete. Und deswegen ist das hier gerade passiert. Ich überlege gerade, ob wir jetzt einfach ballern sollen. Sollen wir einfach mal ballern? Dass wir die großen Wohngebiete haben. Und danach können wir anfangen schön zu bauen. Ich glaube, das wäre gut. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das wird jetzt Sonnen. Das wird jetzt gleich so krass werden. So. Aber ihr seht, wir wollen schnell jetzt Wohngebiete machen, ne? Warte. Ich mache nochmal ganz kurz ein Foto. Dafür nehmen wir die Filmische... Äh, die Kamera. Machen so. Thumbnail Action. Passt auf. F12 drücken bei Steam. Damit könnt ihr Thumbnails machen. Oder beziehungsweise Screenshots. Thumbnails ist ja sehr weitläufiger Begriff. Dann machen wir das einmal so. Jetzt geht ab. Guckt euch das an. Haltet euch fest. Gucken wir, wie die Nachfrage abgeht. Zack. Alter. Das wird unsere Stadt auf jeden Fall gut tun. So, hier ist noch ein Weg dran. Das ist aber gar kein richtiger Weg, sondern nur ein Weg, der so gestylt ist, oder? Ne, gar nicht. Das ist ein richtiger Weg. Oh, wie schön. Hilfe! Wir sind eine boomende Kleinstadt. Wir haben neue Straßen am Start. Dreispurige Autobahnbrücke. Mautstellen. Mautstellen. Busdepots. Altersheime. Taxidepots. Fähren. Oberschulen. Fischfabrik. Lagerhäuser. Und Wellenkraftwerke. Und japanisches Busdepot. Ja, ich glaube, Busse müssen jetzt noch nicht fahren. Aber wir machen mal ganz kurz schnell. Wir achten mal ganz kurz auf unsere Einwohner. Das muss jetzt mega abgehen, oder? Also mindestens. Das hier ist eine Schule. Wir werden den Bereich jetzt mal ganz kurz neu stylen. Zum einen kommt da ein relativ großer Park hin. Da ist kein Park. Da sind nur Bäume. Oh, was ist das denn? Ein Tennisplatz. Okay, warte kurz. Das sieht doch bestimmt geil aus, oder? Ein Teichpark. Der passt ja mal insane gut da rein. Dann werden wir davor noch einen Weg machen. Und hier werden wir jetzt gleich folgendes noch reinbauen. Warte, ich lasse mal vier so. Und zwar Läden. Ein paar wunderschöne Geschäfte. Da und da. Und hier vorne geht es, glaube ich. Geht das da vorne? Nee, schade. Ich dachte, hier könnte man ein paar Dinger hinmachen. Geht aber nicht. Schade. Okay. Wohngebiete, Nachfrage ist jetzt gerade nicht mehr. da, ne? Oh Mist. Ah, nee, ich wollte schon sagen. Friedhof haben wir, ne? Friedhof ist da hinten. Alter, wie sollen wir denn da hinkommen? Ganz kurz mal gucken. Müllstatus, Wasserstatus, Strom. Alles gut. Bildung ist okay. Wir brauchen ganz schnell die maximale Ausbaustufe für Leute, ne? Das ist ja echt Wahnsinn. Also wir müssen das jetzt so machen. Ja, die machen wir einmal so. Nehmen wir noch den Winkel mit rein. Also später müssen wir das dann wieder wegmachen. Weil das kann nicht bleiben. Das ist keine coole Stadt. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir das wieder wegmachen. So, dann müssen wir nicht so weit. Machen wir hier nochmal eine Schule rein. Ey, die Schulen sind so klein. Von der Range her, ne? Das ist so gemein. Alle zufrieden? Gleich noch ein Parkgebiet in der Mitte. So eine Hüpfburg oder so. Die wird immer gerne genommen, ne? So, Parkgebiet. Check. Oh, hier fehlt es auch nochmal. Kleiner Spielplatz. Oh, dann nehmen wir mal den ganz kleinen. Winziger. Können wir den... Ne, können wir nicht. Können wir den hier? Ne, auch nicht. Warum nicht? Och, Mann. Da können wir auch nicht. Hier. Ne, können wir nicht. Oh, gleich haben wir aber. Hier. Ah, ist nur einer, der daran glauben musste. Cool. Bringt kaum Effekt. Das ist aber gemein. Hier noch so ein Garten. Guck. Sind nur drei Häuser, die gehen müssen. Ja, schon besser, okay. Gut, gut. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten, bis wir mehr Einwohner bekommen. Wir haben aber auf jeden Fall schon mal zweieinhalbtausend Geld plus. Ich glaube, richtig interessant wird es erst, wenn wir die etwas größeren Wohnblöcke haben. Weil jetzt gerade ist das echt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Da müssen wir jetzt echt warten, ne? Und guckt mal, wie groß die Stadt wird für siebentausend Leute. Also wir brauchen siebentausend. Wir haben jetzt drei. Zwei Kacheln bald voll. Ja, nicht ganz. Eine Kachel, sag ich mal, gefüllt. Wir haben dreitausend Einwohner. Als ob. Okay, wir machen jetzt nochmal extremer. Ich weiß, wir haben noch genug frei und es wäre jetzt unsinnig, die anzuschließen. Aber wir können ja schon mal aufbauen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die ganzen Einwohner da sind. So, das hier weg. Warte mal, haben wir nicht noch eventuell ne, Gewerbespitze? Leider keine Wohngebiete. Das, ja, selbstversorgende Gebäude, aber nur für die Kleinen. Das ist halt auch doof, ne? Verbraucht 30% weniger Elektrizität, 30% weniger Müll, 30% weniger Steuereinnahmen. Okay. Ich glaube, die hatten wir, hatten wir die hier drin? Ne. Doch, eigentlich, ne, gar nicht. Die hatten wir hier oben. Wo sind wir? Da. Wohnen da mehr drin. Auch immer nur ein Haushalt, ne? Toll. Einfach dasselbe Haus die ganze Zeit. Ne, doch nicht. Sah nur so aus. Okay. Das dazu. Können jetzt hier nochmal schauen. Ja, wir müssen jetzt echt warten, bis das hier durch ist, ne? Können wir nochmal eine direkte Abfahrt machen? Zack. Und da kommen ja die meisten, die fahren das, da ist der erste, der abfährt, der zweite. Top. Und wo wir schon mal dabei sind, Feuerwehr und gleich noch die Polizeiwache. Und gleich noch die Polizeiwache. 3.300 plus. Plus 5 Leute, plus 14 Leute, plus 3 Leute. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt echt warten. Ich lasse das jetzt erstmal laufen. Also, danke schön fürs Zuschauen und ich lasse jetzt das Game einfach mal weiterlaufen und gucke, wie sich das hier entwickelt. Deswegen, vielen lieben Dank fürs dabei sein und ich hoffe, bis zur nächsten Folge, wo es richtig abgeht mit den großen Gebäuden. Dankeschön und bis später. Tschüss. 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 Tschüss.